So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Heute war der Seed Day mit Felino, dem normalen Felino, was ihr hier links seht, das blaue, was dann rosa war und das Paldea Felino, was ganz neu in Pokémon Go jetzt verfügbar war. Das erste Mal fangbar war auch seine Weiterentwicklungen, der Sülord oder so heißt der, glaube ich. Das war neu, das gab's frisch, gratis und vor allem natürlich auch als Shiny. Wir hatten das ja schon mal bei Velursi, dass das neu reinkam als Pokémon, direkt einen Seed Day hatte und Shiny eingeführt wurde. Heute hatten wir das bei den Felinos. Ich will jetzt mal ganz kurz die Felinos, die hier sitzen, noch durchklicken. Vielleicht ist da ja noch was Gutes dabei, vielleicht ist da ja noch ein Shiny dabei. Danach möchte ich euch erzählen, wie unser Seed Day so war, ob's Spaß gemacht hat, wie die Ausbeute war. Wollen wir die XXL und XL und XXS abchecken, über den Showcase kurz reden. Und, naja, über den Showcase kann ich jetzt schon mal sagen, mein eigentlicher Plan war ja, ich wollte mich in drei Showcases setzen. Ich habe extra während des Seed Days schon, wenn ich gesehen habe, da stand dran, dass das halt ein riesiges Felino ist, habe ich mir extra einen Stern dran gemacht, habe das als Favorit markiert, damit ich das auch nicht verschicke, falls ich Platzmangel habe, und wollte dann an einem Showcase eben meine großen, fetten Felinos reinsetzen. Dann wollte ich das Video kurz vor 5 aufnehmen, weil der Showcase geht ja nur von 14 bis 17 Uhr. Ihr habt also nur drei Stunden Zeit, beim Showcase mitzumachen und euch wieder wertvolle Premium-Items zu gönnen. So, sind die jetzt alle drin? Die sind alle drin. Wenn ich mal kurz hier reingucke und gebe mal XXS ein, sehe ich, dass wir hier ein kleines Felino haben, in Paldea, in Normal. Wenn ich XL eingebe, haben wir hier ein paar andere, die halt größer sind. Da ist auch ein größeres Shiny dabei, von dem Paldea Felino. Wenn ich XXL eingebe, seht ihr aber das allergrößte Felino mit 0,69 Meter. Das ist das Größte. Das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied. Dachte ich, kann ich reinsetzen dann, wenn ich fertig bin. Manche wundern sich überhaupt, Showcases sind zurück bei mir. Ich habe ja keine Showcases mehr gehabt. Jetzt habe ich wieder Showcases. Ich habe keine Ahnung, was wie wo. Hier hinten ist ein Stopp. Da ist sowieso immer ein Showcase dran. Da, wenn ihr drauf drückt, könnt ihr schon sehen, derzeit in Führung ist Lisa mit Shiggy. Was? Da sitzen jetzt auch fünf Trainer drin. Da ist auch der Pokémon Meiningen. Mit dem bin ich befreundet mittlerweile. Aber da ist Shiggy. Da ist Shiggy im Showcase. Und jetzt guckt euch mal an, wie viele Shiggy ich habe. Ich habe keins. Ich habe kein einziges Shiggy, da ich ja Platzmangel habe. Auf dem Free-to-Play-Account schicke ich immer alles komplett weg. Von den Startern habe ich mir nur jeweils eine Endentwicklung aufgehoben, damit ich da eine Megaentwicklung draus machen kann. Ich habe kein Shiggy. Ich konnte also keinen Showcase machen. Überall sitzen die Leute mit ihren Shiggy in den Showcases und ich sitze einfach nirgends wo. Dabei habe ich so schöne Felinos gehabt und gesammelt, aber für nichts. Dann ist ein Sylord verschwunden. Ich habe gesagt, ich möchte das im Ausbeute-Video dann entwickeln. Den Pokedex-Eintrag mir im Video holen. Ich habe aber durch, muss ich kurz zeigen, den Namen hier. Der 22 Michel 12 hatte mir das Seatday-Ticket geschenkt und in dieser Seatday-Ticket-Forschung am Ende hast du ein Sylord bekommen zum Fangen. Jetzt wollte ich das nicht fangen, bin geflohen. Seitdem habe ich das nicht mehr gefunden. Es ist weg. Wo ist das hin? Könnt ihr mir helfen? Gleichzeitig seht ihr hier, ich habe jetzt mein Aquana-T-Shirt an, denn dieser Seatday war mit Team. Ich habe mit Pupsi wieder ein Team gemacht. Wir sind zusammen rumgelaufen. Es ging wieder darum, wer fängt das erste Shiny, wer fängt die meisten Shinies, wer fängt das letzte Shiny. Währenddessen sind die Team-Aufgaben auf Kapitel 2 fertig geworden. Ich habe das Aquana-T-Shirt bekommen. Wenn ich jetzt hier auf Spezial gehe, seht ihr, ich bin Seite 3 von 4 bei dem Team Play, wo es dann das Blitzer-T-Shirt gibt. Die Aufgabe mit dem Sylord, mit dem Zeugs ist, hier unten Sumpf ist Rumpf, ist angeblich hier abgeschlossen. Aber das Teil ist nicht da. Hier oben ist eine Belohnung, wo jeder sagen würde, auch Tiso im Stream, das ist jetzt da oben drin. Ich habe im Stream zweimal draufgedrückt. Wenn ich da oben draufdrücke, erscheint Shaman. Weil ich hier eine Aufgabe hatte, wo Shaman drinne war. Und weil ich Shaman noch nicht abgeholt habe und Shaman auch in einem extra Video abholen wollte und alles, was dazugehört, habe ich das noch nicht abgeholt. Aber wo ist Sylord hin? Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist auf jeden Fall gerade weg. Aber ich werde trotzdem eins im Video jetzt entwickeln. So, hier ist alles gefangen. Das passt. Dann gehe ich mal hier drauf. Wir können aber kurz so gucken. Ich kann euch gleich sagen, Pupsi hatte diesmal Glück. Sie hat das allererste Shiny Felino gefangen. Aber halt das Blaue, was dann rosa war. Und dann hat sie noch eins gefangen, noch eins gefangen. Bei mir hat es ewig gedauert. Mein allererstes Shiny, was ich dann irgendwann gefangen hatte, war ein Paldea Felino in Shiny. Dann hat sie auch wieder ein Paldea Felino in Shiny bekommen. Dann hat sie irgendwann fünf Stücke gehabt. Ich hatte gerade mal drei. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Sie hat also das Erste, sie hat das Letzte, sie hat die meisten. Ich habe dann noch ein bisschen Gas gegeben. Ich habe dann eine Minute vor drei, wir spielen ja immer von 14 bis 15 Uhr, eine Stunde Englischer Gartenspaziergang und Challenge. Eine Minute vor Ende habe ich dann mein fünftes Felino bekommen. Damit habe ich den Punkt für das letzte Shiny. Sie hat den Punkt für das Erste Shiny. Aber beide haben den Punkt für die meisten Shinies, weil wir beide insgesamt dann fünf Shinies hatten. Ich bin danach, habe ich ja gesagt, wir wollten nochmal über den Martinsmarkt laufen. Ich habe mein Gottscher angeworfen, habe das Sandy ein bisschen eingesteckt, nebenbei geguckt. Es sind, wie ich gerade sehe, noch drei Shiny Felino reingekommen. Fünf während des Sea Days, 14 bis 15 Uhr. Und dann während es über den Markt laufen, im strömenden Regen, es war echt zum Kotzen, gab es jetzt noch die drei Shiny Felinos dazu. Wir können hier mal kurz bewerten, was das Beste ist hier. Das war also das allererste, was ich bekommen habe mit 400 WP. Zwei Sterne, hier ein kleines Felino mit 369. Dann hier 0 Sterne, 257, ein 38er. Das würde das wohl mit dem kleinsten Level sein. Ein Stern, ein Stern, 0 Sterne, ein Stern. Und das sind schon alle. Wer hat jetzt die höchsten WP? Okay, das müsste der hier mit 481 sein. Ihr seht, ich kann es entwickeln, da ist auch noch ein Schatten da. Ich habe noch kein normales Sylord entwickelt. Ich habe aber auch noch kein Shiny entwickelt, denn mein Sylord, was ich hätte fangen können aus der Spezialaufgabe, ist ja weg. Deswegen entwickeln wir jetzt für das Video einmal diese Sylord in Shiny für den Pokédex-Eintrag. Das sieht also so aus, okay, Sylord, Shiny, passt zum Hintergrund. Der Hintergrund ist lila, das ist auch lila, das ist das hier, da kommt plötzlich alles raus. Das ist cool, das sieht gut aus. Drückt da wirklich mal drauf, guckt euch das mal an. Ansonsten mache ich mal kurz Shiny weg. Gehe mal nur auf Felino, gehe mal nach WP sortiert. Und möchte jetzt das höchste, normale Paldea-Felino entwickeln, auch zum Sylord, dass ich also nicht nur die Shiny-Variante habe, sondern auch die normale Variante. Was gab es noch zu sagen? Also wir haben von 14 bis 15 Uhr eine Stunde gespielt. Es stand 2 zu 2 in unserer Challenge. Erstes Pupsi, letztes Ramses, beide 5-5. In der Stadt gab es noch drei, es hat geregnet, wie sauer, es war wirklich schlimm. Es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Guckt euch das an, drauf gedrückt, kommt alles hoch. Wenn man von vorne guckt, denkt man, das sind Teufelshörner. Insgesamt dann also 8, Shinys bekommen. In der Stunde 5, danach nochmal 3, das reicht mir vollkommen. Was ich mit den großen, fetten Felinos jetzt mache, weiß ich nicht. Wir können aber kurz nach 4 Sterne schauen und nach da sortiert. Da ist also nichts dabei. Wir können mal nach 3 Sterne schauen. Hier sind ein paar Sachen dabei mit 3 Sternen. Die können wir uns nochmal kurz angucken, was hier das Beste ist von den 3-Sternigen heute. Da ist ein braunes mit 3 Sternen. Wir wischen einfach mal durch. Ich glaube, irgendeins habe ich aus einer Quest gefangen. Das müsste ein 890er gewesen sein. 273. Das ist ein 96er, oder? Habe ich nicht noch ein anderes? Oder habe ich mich verguckt? Kann auch sein, dass ich mich im Stream verguckt habe. Dass ich dachte, es war ein 98er, dabei war es ein 96er. Das sieht gut aus. 14, 14, 14, WP10. So sieht ein perfektes Pokébot aus. Also, 96er war bei mir das meiste, was kam. Das Aquana gab es auch aus dem Teamplay. Aus der Aufgabe, das Labras gab es auch aus der Spezialforschung. Das muss aber auch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Labras gab es, glaube ich, war wahrscheinlich auch beim Teamplay irgendwas drin. Mein absolutes Highlight zusätzlich war aber, pass auf, dieses Ditto. Ich habe die ganze Zeit bei den Spezialforschungen Aufgabe gehabt, fange ein Ditto. Und ihr wisst ja, manche Leute sagen, sie haben die Aufgabe schon drei Jahre, finden kein Ditto. Ich laufe so rum, ich fange da gerade ein Schallquapp an einem Regenmodul. Im Stream, es wandelt sich um, wird zu Ditto. Ich bin richtig zusammengezuckt, habe gesagt, nein Gott, Ditto. Da habe ich mich gefühlt wie Honey Mio in dem Moment. Dann ist das ja ein WP10 Ditto mit Wandler, Verzweifler, am Community Day mit Felino gefangen. Ja, das war cool. Was hat das für eine Bewertung? Hat zwei Sterne. Das müsste für mich auch zwei gefangen. Vier gesehen, zwei gefangen. Eins war vor den Forschungen, eins war jetzt in der Forschung, also Ditto rar gesät bei mir. Wenn ich irgendwann mal ein Video mache, wo ich die Sachen abhole, die mit Ditto und der Forschung da zu tun haben, da kann ich ja vielleicht die Szene vom C-Day nochmal reinschneiden. Ansonsten könnt ihr den Stream vom C-Day natürlich jederzeit nachgucken. 14 bis 15 Uhr streame ich ja immer den C-Day auf YouTube. Und der wird danach natürlich hochgeladen. Also wenn ihr jetzt auf YouTube da auf den Reiter live geht, müsstet ihr den C-Day in voller Länge eine Stunde lang nachgucken können. Wie wir da rumgerannt sind mit Schirmen. Die Reaktion auf die Shinies, die im Stream gefangen wurden. Und was habe ich vergessen? Genau. Fotobomben. Ich habe keine einzige Fotobomb gemacht. Fällt mir wieder ein, aber ja, mache ich auch nicht. Ist mir, weiß ich nicht. Ich vergesse das immer, deswegen, ich kann ja mal das Nebulak nehmen. Hier eine Fotobomb machen, sozusagen. Und wir zurückgehen und dann sehen, dass es gar nichts gebracht hat. Perfekt. Das heißt, vielleicht muss man natürlich im Beutel, keine wilden Pokémon. Im Beutel muss man hier eine Fotobomb machen. Ja, und da erscheint jetzt eben auch nochmal hier, ne, keine Ahnung. Eben war das in der Vorschau auf dem Foto zu sehen. Jetzt sieht man sie da nicht. 86 WP. Ha ja. Ich fand es cool. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Leute wie Thomas Rote gesagt haben, dass das der langweiligste C-Day ever ist und wird. Ich habe von vornherein gesagt, es gab schon viel Schlimmeres. Ein Pokémon, was schon seit 10 Jahren im Spiel ist und seit 10 Jahren in Shiny verfügbar ist. Wenn das dann einen C-Day irgendwann bekommt, finde ich es viel schlimmer und langweiliger, als jetzt, wenn wir ein völlig neues Pokémon haben. Mit einer völlig neuen Entwicklung und das komplett neu in Shiny. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal eure Meinung rein. Hattet ihr Spaß? Hattet ihr Bock? Wie habt ihr gespielt? Wo habt ihr gespielt? Wir also eine Stunde lang durch den Regen gerannt. Das war ziemlich nass. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ausbeute ist okay. Man musste nur zwei Shinies fangen. Dann hat man die Familie auch voll gehabt. Das normale Felino ist das normale Felino, aber für die meisten lag der Hauptaugenmerk sowieso auf der Paldea-Form. Ich versuche die zwei jetzt hier noch einzutüden. Dann würde ich sagen, war es erst von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein Showcase gemacht? Mit Shiggy? Haben wir noch Shiggy da? Habt ihr welche reingesetzt? Ich nicht. Wie gesagt, ich habe keine Shiggy. Was ist denn mit dem Tai los? Wie oft denn noch? Mit diesem einfach fabelhaften Wurf müssen wir jetzt das Video beenden. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und guck mal, hier ist das Kanal-Maskottchen übrigens. Das habe ich irgendwie vergessen, einzublenden. Der Rackium. Wui. Ciao. Auf Wiedersehen.